Es gibt richtig krasse Probleme. Guckt euch das Nachbarland an. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen mit dieser Problematik. Wie die Menschen dort, nicht nur mit dem Gras, sondern mit der Vernunft gegenüber einer anderen Gesellschaft Respekt zu gebühren. Zu suchen, wo sind ihre Rechte. Nicht sie suchen zu lassen, nicht die eigenen Landsleute suchen zu lassen. Ich sehe, Deutsche suchen ihre Rechte hier überall. Es gibt Sozialgerichte, die sind überfüllt jeden Tag. Ihr müsst lernen von den Nachbarländern. Auch sie haben ihre Macken und Tücken und es ist nicht alles Geld, was glänzt. Zentralismus ist scheiße, sie haben zentrale Auffanglager. Wenn ihr wirklich was verändern wollt, ihr seid hier ein Haufen Menschen. Das Einzige, was ich euch im Kurzen, damit ich zu Ende komme, ich habe Respekt vor den Veranstaltern hier, ich bin Gast. Jeder von euch hat Medienbewandtnissen. Nutzt dieses gottverdammte Facebook und diese Medienbewandtnis, um alle, die hier sind, zu größeren Dingen zu offenbaren.